Musik Der Weg zu Gott ist frei. Und das ist wirklich gute Nachricht. Der Weg zu Gott ist frei, aber was heißt das eigentlich? Im Alten Testament gibt es den höchsten Festtag, den Gott angeordnet hat. Das ist Yom Kippur, der Tag der Bedeckung. Das war der Tag, und zwar der einzigste Tag im gesamten Jahr, an dem der hohe Priester, niemand sonst, nur der hohe Priester, ins Allerheiligste hineintreten durfte, um dort einen relativ komplizierten Dienst zu vollbringen und dort auf die Deckplatte der Bundeslade, die dort stand, Blut zu sprengen. Die Deckplatte war das, wo die beiden Cherubim sich befanden, komplett aus Gold, die ganze Bundeslade, und dort musste dieses Blut hingesprengt werden. Es musste sehr penibel eingehalten werden, dieses Opfer. Es gab keinen anderen Tag, an dem irgendjemand dort sich hätte nahen können. Und es gab keine andere Person, die dort hätte hineingehen können. Im Alten Testament finden wir da eine sehr starke Hierarchie, wer sich wie weit Gott nahen darf. Wenn du beispielsweise an das Tempelplateau denkst, auf das eigentliche Tempelplateau durften im Grunde genommen alle Leute kommen, es sei denn, sie waren jetzt krank oder ansteckend oder sowas, dann war auch denen das verboten, oder sie waren nicht gereinigt und so weiter. Aber wenn, dann durften sie dort hinkommen, aber es gab eine Umzäunung, eine Abtrennung. Bis dahin durften die Heiden kommen, aber nicht weiter. Weiter hinein dann durften alle Männer und Frauen aus dem Volk Israel kommen, aber die Frauen durften nur bis in den Vorhof der Frauen kommen, nicht weiter. Dann gab es den inneren Vorhof, da durften auch die Männer hineinkommen, aber nicht weiter. Dann gab es den eigentlichen Tempel, dort durften die Priester hineingehen, aber nur ins Heiligste, nicht weiter. Und das Allerheiligste war wirklich, nur ein einziges Mal im Jahr durfte nur diese eine Person da hineintreten, mit einem sehr genauen Dienst, ein sehr ehrfürchtig begangener Tag, wo es wirklich darum ging, hier geht es jetzt um die Schuld des gesamten Volkes, die getilgt werden muss. Eine Hierarchie, die sehr starr war. Weißt du, wie man diese Deckplatte nannte, der Bundeslade, mit den Engeln? Es ist der Thron der Gnade. Das ist der Thron der Gnade. Und wenn wir verstehen, was die Bibel sagt, dass wir hinzutreten dürfen zum Thron der Gnade, dann verstehen wir, dass diese ganze Hierarchie, dieser ganze komplizierte Dienst aufgehoben ist. Im Hebräerbrief heißt es, lasst uns nun mit Freimütigkeit, also kühn, ohne irgendwelche Bedenken, freimütig, hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Im Alten Testament war das undenkbar, dass irgendwelche Leute sich einfach diesem Thron der Gnade nahen konnten. Der war nicht zugänglich, aber durch Jesus ist er zugänglich. Du und ich, wir dürfen direkt zu diesem Thron der Gnade rennen und dürfen dort die Segnung Gottes empfangen. Hier, die rechtzeitige Hilfe. Brauchst du rechtzeitige Hilfe? Jeder von uns braucht das. Wir empfangen es dort, am Thron der Gnade. Das ist das, wenn wir im Gebet zu Gott gehen und sagen, Herr, ich empfange von dir. Direkt Zugang zu Gott. Da gibt es keine Barrieren mehr, keine Abtrennung mehr, keine Unterschiede mehr zwischen Männern und Frauen. Nein, direkter Zugang. Direkter Zugang. Weil Jesus, so schreibt der Hebräerbrief, als unser hoher Priester für uns dort hineingegangen ist und das vollkommene Opfer gebracht hat, sodass du und ich dort Zugang haben. Wir dürfen uns Gott nahen. Frei, mütig, kühn, ohne falsche Scham. Auch ohne den Eindruck, dass wir was leisten müssen. Nein, Jesus hat das getan und wir dürfen ganz nah zu Gott kommen. Deshalb ist es genial, wenn wir wissen, wir treten hinzu zum Thron der Gnade. Der Weg zu Gott ist offen. Seine Arme sind uns jetzt gegengestreckt. Wir dürfen jederzeit zu ihm kommen. Das ist wirklich gute Nachricht. Ich lade dich ein. Geh hinein in eine tiefere Beziehung mit dem Herrn. Er wartet auf dich. Du wirst sehen, Gott hat mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!